Hey, Sotileon hier. Ich bin wieder in Escape from Tarkov und ich begrüße euch zur zweiten Saison der Hardcore Challenge. Die Hardcore Challenge ist ein besonderer Spielmode in Escape from Tarkov mit einem selbst gesetzten Regelwerk, der dafür sorgt, dass die Herausforderungen hier an das Überleben noch um einiges schärfer sind. Denn es geht im Großen und Ganzen darum, dass ich keinen Zugriff habe auf Geld, um mir Sachen bei den Händlern zu kaufen, sondern ich lebe einzig und allein von dem, was ich in den Raids finde und was ich letzten Endes daraus mache. Und das sorgt dafür, dass jedes Überleben und auch jeder Tod noch deutlich mehr zu spüren sind, in dem, wie es meinem PMC-Charakter in diesem Spiel geht. Und natürlich auch, wenn es mal nicht klappt, natürlich den Frust erhöht, aber eben auch das Hochgefühl, wenn es denn mal funktioniert. So, dann lasst uns als allererstes über das Regelwerk schauen. Regel Nummer 1. Kein Warenerwerb jeglicher Art bei den Händlern. Einzig zulässig bei den Händlern, Waren zu erwerben, ist das Tauschen von Gegenständen, die ich in den Raids finde. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit, die Händler aufzuleveln, indem ich Waren, die ich in den Raids finde, verkaufe. Dieses Geld muss aber direkt nach dem Erhalt zerstört werden. Das ist also Geld, das ich von den Händlern bekomme für Sachen, die ich bei den Händlern verkaufe. Dieses Geld darf ich nicht verhalten. So, Regel Nummer 2. Der Flohmarkt kann nicht genutzt werden. Das hat denselben Hintergrund. Wir wollen hier eine Hardcore-Challenge spielen und demzufolge auch der Flohmarkt steht mir nicht zur Verfügung. Regel Nummer 3. In den Secured-Container dürfen ausschließlich Schlüssel, Geld, welches ich zuvor extraktet habe. Da kommen wir noch dazu. Ein Wallet, die Kiba, den Documents Case oder ein Doctec Case. Alle anderen Items dürfen nicht in den Secured-Container transportiert werden. Regel Nummer 4. Alles Geld muss in den Raids gefunden werden. Ich kann Geld im Spiel verwenden, um Container zu kaufen oder meine Ausrüstung zu reparieren. Also Helme oder die Rüstung. Regel Nummer 5. Euro und Dollar, jetzt nenne ich es auch Geld, dürfen auch ausschließlich für den Kauf von Containern verwendet werden. Oder eben für Quests. Es gibt einige Quests, wo ich beispielsweise Dollar übergeben muss. Diese Möglichkeit habe ich also, dieses Geld dafür aufzuheben. Regel Nummer 6. Sämtliche Quest-Items müssen mit ingem Geld gekauft werden. Auch hierfür brauche ich also dieses Geld, was ich zuvor in den Raids finde und aufsammle. Diese Sachen kann ich von den Händlern kaufen. Das ist die einzige Ausnahme, denn sonst hätte ich keine Möglichkeit, teilweise die Quests zu erfüllen. Gerade wenn es darum geht, beispielsweise Marker zu kaufen und ein Panzer zu markieren. Darum geht es also. Wichtig hierbei, auch diese Quest-Items dürfen nicht in den Gamma-Container. Wenn ich damit also unterwegs bin, habe ich die immer in meiner normalen Ausrüstung. Wenn ich sterbe, gehen sie verloren und ich muss sie null kaufen. Regel Nummer 7. Keine Skefrans. Hier geht es ganz klar darum, ich will mit meinem PMC versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Und da wären Skefrans eigentlich nur eine unfaire Unterstützung. Gleiches gilt natürlich auch, das ist selbstverständlich. Deswegen habe ich es mittlerweile nicht mehr als separate Regel, dass ich in dem Sinne keine Hilfe von Dritten annehme. Sondern ich versuche hier komplett allein durchzukommen. Und Regel Nummer 8. Auch nochmal eine Präzisierung für alles, was wichtig ist. Alles von Wert muss extractet werden. Die einzige Ausnahme sind Schlüssel. Schlüssel kann ich, wenn ich sie denn finde, in den Raids direkt in den Secured-Container werfen, um sie zu sichern. Alles andere, sei es jetzt Geld, sei es wertvolle Items, sei es beispielsweise eine Labs-Key-Card, muss ich zuvor erfolgreich extracten. Erst dann darf ich sie dauerhaft behalten. So, das Ganze beginnt damit, dass ich meinen Account zurücksetze und somit wieder alle Händler auf dem Startwert Level 1 sind. Ich spiele weiterhin mit meinem Edge-of-Darkness-Account. Das ist eine Änderung gegenüber der ersten Saison der Hardcore-Challenge. Hier hatte ich mir einen separaten Account besorgt. Der kleinere Stash führt aber unmittelbar dazu, dass relativ schnell das Spielgefühl darunter leidet, dass es wirklich extrem wenig Platz im Stash gibt. Und hier geht einfach ein bisschen für mich der Spaß verloren. Und ich denke, das sollte bei aller Herausforderung, die so eine Challenge mit sich bringt, auf keinen Fall negativ beeinflusst werden. Deswegen, ich brauche den großen Stash der Edge-of-Darkness-Edition, um eben die ganzen Items für Tauschgeschäfte mit den Händlern aufheben zu können. Und ja, das ist der Hauptgrund, warum ich mich hier nicht über die Maßen geißeln möchte und mit dem großen Stash diese Hardcore-Challenge angehen werde. So, jetzt ist der Stash leer und es geht in den ersten Raid auf Wutz. Mein Charakter hat hier so schön nichts in der Hand. Was ich machen kann, ich kann versuchen zu looten. Ich habe hier unten die Waffenkisten. Ich habe hier unten die Waffenkisten. Was für ein Wichser! Tja, Players-Gefs sind halt doch nicht so witzig, wie man allgemein denkt. So, also zweiter Versuch und diesmal auf Interchange. Interchange hat den großen Vorteil, dass gerade in den Tiefgaragen sehr viele Waffenkisten und Duffelbags zu finden sind, die allesamt frei zugänglich sind. Ich brauche also keinerlei Schlüssel. Zudem sind relativ wenige Skefs da unten. Ihr seht, ich habe immer noch keine Melee-Waffe. Ich kann mich also absolut nicht wehren, sondern entweder loote ich irgendeinen toten Skeff und bekomme da meine erste Melee-Waffe oder ich kann eben aus einer der Kisten was Extractor. Letzten Endes habe ich hier in diesem Raid meine erste Waffe gefunden, nämlich eine Wepper 136. Leider ohne Munition, aber genau das ist das Brot-und-Butter-Geschäft in der Hardcore-Challenge, sich alles in den Raids zu besorgen, was man braucht, um zu überleben. Und das sind eben nicht nur Waffen, sondern das ist eben auch die Munition dafür. Das sind medizinische Items, das sind Rüstungen, Helme, alles entweder von Skefs oder von Spielern. So, ich habe hier eben leider noch keine Ausrüstung. Ich habe noch keinen Skeff getroffen. Demzufolge habe ich jetzt hier das Problem, dass ich nicht wirklich weiß, was ich großartig mitnehmen kann. Ich habe nur diese vier Slots und entscheide mich aber auf alle Fälle erstmal diese Wepper mit nach draußen zu nehmen und zu extrakten. Ja und so beginnt Stück für Stück die Jagd nach Ausrüstung in der Hardcore-Challenge und das in allererster Linie, vor allen Dingen in den ersten Tagen, maßgeblich über das PvE, also über die Jagd nach Ausrüstung, denn meine Ausrüstung ist zu diesem Zeitpunkt in keiner Weise tauglich, um mich mit anderen Spielern anzulegen. Zumindest nicht, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Schuss. 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 So knapp. Gebt mir noch Zeit zum Aimen. Kleine Ergänzung, falls hier irgendjemand gerade am Bildschirm schreit. Die Mosin ist natürlich eine Ausnahme, aber das ist zu dem Zeitpunkt hier die einzige Mosin, die ich besitze. Ja. Soap. Das war's für heute. Na, ist die Kavallerie gespawnt? Ja. Mensch. Ich hab keinen Bock schon wieder drauf zu gehen. So, bei diesem Scav hatte ich Glück. Wie ihr seht, gibt's hier einen neuen Schlüssel für mich und das hat sich rausgestellt als der Markkey. Und damit habe ich in der Hardcore-Challenge jetzt die Möglichkeit auf Customs in den Markt umzugehen und hab da natürlich die Hoffnung in den nächsten Tagen vielleicht einen Document Case, vielleicht eine Keyword zu finden. Vielleicht sind die Tarkov-Götter ja gnädig zu mir. Ah, Scav ist über mir. Haben die mich schon gesehen? Ich glaub schon. Oh oh, das waren mehrere. Das war's für heute. Au. Okay, jetzt muss ich... Shit. Scheiße. Und jetzt blute ich... So, ab diesem Moment ist auch dieser Raid ein einziger Überlebenskampf gegen die Uhr, denn ich blute aus. Ich habe keine Medizin, keine Bandage, nichts zum Heilen. Gleichzeitig habe ich vor mir einen Skeffern im Pilgrim und noch einen weiteren mit einer Adda, die ich unbedingt haben will. Und demzufolge bleibt mir im Anschluss nichts anderes übrig, als hier mein Glück zu versuchen, Richtung Mantis zu laufen, um irgendwo in Mantis vielleicht ein Carmet-Kit oder seinesgleichen zu bekommen, um meine Blutung zu stillen und vielleicht doch noch die Möglichkeit zu haben, diesen Raid zu überleben. Denn andernfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier nicht lebend rauskommen würde, sondern irgendwo auf dem Weg zum Ausgang zu verbluten. Das war's von den Dank! Da geht doch an. Das war's. Das war's für heute. So, kein Carmet-Kit, wie erhofft, aber ein AI-2 und insgesamt vier Bandagen, das hat mich hier am Leben erhalten und hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass ich weiter in den Raid looten konnte. Das heißt, ich habe einfach noch einige Scavs gekillt, habe meinen Pilgrim-Rucksack randvoll gepackt und bin hier Extracted und das war einer der letzten Raids am ersten Tag und jetzt können wir gleich mal in den Stash reinschauen. Ihr seht, ich habe ein bisschen Medizin, zwei, drei Carmet-Kits sind mittlerweile schon da, Munition ist da, die ersten Waffen haben sich angesammelt, die ersten Rucksäcke, Rüstung, Rigs. Das heißt, ich habe so langsam die Basis am Ende des ersten Tages für die nächsten Raids in den nächsten Tagen, denn da wird es darum gehen, anzufangen, die Quests zu erfüllen, um Stück für Stück eben bei den Händlern vorwärts zu kommen. Denn neben dem Looten von Geld in den Raids, wo ich einfach versuchen kann, Saves zu öffnen und Registrierkassen zu looten, sind natürlich das Geld und die Items, die ich für das Erfüllen von Quests bei den Händlern bekomme, eine ganz wichtige weitere Einnahmequelle. So, damit sind wir am Ende des ersten Videos der Hardcore-Challenge. Was hier natürlich noch komplett gefehlt hat, ist das ganze Thema PvP. Darum werde ich mich in den nächsten Videos wieder kümmern, denn jetzt habe ich die Grundausrüstung, um mich auch wieder gegen andere Spieler wehren zu können. Das war sicherlich in den ersten zwei, drei Tagen hier nicht der Fall. Und deswegen wird es in den nächsten Videos auch wieder deutlich stärker um das PvP gehen. Ich sage Tschüss, verabschiede mich von euch und wie gesagt, wenn ihr Interesse an der Hardcore-Challenge habt, kommt in meine Streams. Ich streame wochentags in der Regel abends ab 20, 20.30 Uhr in den Abend hinein. Immer unter der Woche gibt es die Hardcore-Challenge, solange bis entweder 0.12 Uhr vor der Tür steht der Patch 0.12 Uhr oder ich wirklich keine Lust mehr habe, was im Moment aber noch nicht danach aussieht. So, von daher macht's gut und ja, wir sehen uns. Willkommen im Juni Informationen zu 0.12 Uhr und zum Hideout. Fuck, scheiß Camper!